In Australien sind einem Filmemacher atemberaubende Aufnahmen gelungen. Er filmte einen Feuertornado. Ein sehr rares Phänomen, das entsteht, wenn warme rotierende Winde auf ein Buschfeuer stoßen. Chris Tangy war im australischen Outback unterwegs, um nach Locations für sein Film- und Fernsehunternehmen zu suchen, als er plötzlich rotierende Flammen sehen konnte, so berichtete er es selbst. Nach seinen Worten dauerte das Naturschauspiel rund 40 Minuten. Geklungen habe das Ganze wie der Überflug von Kampfjets.